Moin, Christian, Jagdschule Eichler. Wir gucken uns als nächstes den Knoten an, der sein komplettes Programm im Namen trägt. Eineinhalb Rundturn mit zwei halben Schlägen. Klingt viel komplizierter als es ist. Eineinhalb Rundturn ist plattdeutsch, aber heißt nichts anderes als eineinhalb Mal rumgewickelt. Das wäre einmal um den Bootshaken herumgewickelt und ein halbes Mal, dann zeigt die lose Part wieder zu mir. Dann kommt ein halber Schlag und ein zweiter halber Schlag. Und schon habe ich eineinhalb Rundturn mit zwei halben Schlägen. Eineinhalb Rundturn mit zwei halben Schlägen. Einmal um den Bootshaken herumgewickelt, noch ein halbes Mal. Eineinhalb Rundturn und jetzt kommt ein halber Schlag. Wie rum ich den setze, ist egal, aber er gibt die Richtung vor für den zweiten halben Schlag. Ich habe jetzt in der Richtung um die feste Part herumgewickelt und in derselben Richtung soll der zweite auch gesteckt werden. Wenn ich das Ganze von der Seite angucke, muss es wieder aussehen wie der Webleinsteg, den wir eben gerade hatten. Typischer Fehler bei anderthalb Rundturn und zwei halben Schlägen fängt genau an dieser Stelle an. Ich habe einen halben Schlag gesetzt und gehe jetzt die Drehrichtung um die feste Part ändernd andersrum weiter und setze den zweiten halben Schlag so auf. Den Unterschied kann man aber eigentlich klar erkennen. Und wie so häufig im Leben, wenn das eine verkehrt ist, ist das andere richtig. So stimmt der Knoten.